Hi, mein Name ist Katharina, ich bin Gründerin von VogtDigital in Unterschleißheim. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur und machen Marketing-Konzepte und ich habe den Tobi kennengelernt, vor einigen Jahren tatsächlich, glaube ich schon mittlerweile, über Social Media und nachdem wir beide extreme Fans von einem coolen Netzwerk sind, haben wir uns natürlich connected, haben zusammengearbeitet an verschiedenen Projekten und ich bin sehr happy, ihn jetzt hier zu haben für eine Videoproduktion für VogtDigital. Das heißt, für unsere Agentur repräsentativ ein Video zu erstellen in verschiedenen Szenen, über den ganzen Tag heute hinweg, muss ich sagen, bin ich sehr happy. Wir sind super durchgekommen an dem Tag, obwohl es super heiß tatsächlich war, hatten wir super Laune, wir hatten tolle Leute mit am Start, die in verschiedenen Szenen mitgespielt haben, sag ich mal und ja, haben wirklich den Alltag von VogtDigital so ein bisschen mit dokumentiert und in Kombi mit einem Interview wirklich, glaube ich, richtig tolle Bilder bekommen, Video bekommen. Wir haben den ganzen Tag VogtDigital so ein bisschen behind the scenes begleitet mit Videokamera und ich muss sagen, wir haben, glaube ich, ein richtig cooles Video und auch verschiedene weitere kleinere Videos rausbekommen und ich freue mich sehr, sie euch demnächst zeigen zu können und auch zusammen mit dem Tobi an weiteren coolen Projekten im Sinne der Videografie zu arbeiten. Ich glaube, der Markt ist riesig und gerade über unser Netzwerk bin ich sehr happy, ihn weiterempfehlen zu können. Der Produktionstag an sich war super entspannt, muss ich sagen, also jegliche Aufregung, die da war, nimmt Tobi ohne Probleme. Am Ende funktioniert es per Gedankenübertragung, was man so verbessern sollte oder vielleicht lassen sollte. Von daher muss ich sagen, super entspannter Tag mit coolem Input. Also auch da nochmal verschiedene Themen in verschiedenen Fragesituationen zu reflektieren, hat super viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.